Ihr Unternehmen plant bis 2030 die komplette Anwendungslandschaft zu modernisieren. Es sind aber jetzt schon mitten dabei. Was sind eigentlich Ihre größten Hauptlearnings dabei? Und vor allem auch die größten Erfolge bis jetzt? Ja, also unser größtes Hauptlearning ist, dass nichts eine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass das wirklich harte Arbeit ist, weil wir uns nicht mit der alten Welt befassen wollen, sondern weil wir versuchen, für die neue Welt auch neue Lösungen zu generieren und wir wirklich versuchen, für nahezu jedes Thema, sei es Produkt, sei es Vertrieb, sei es Prozess, neue Zielbilder zu bauen. Die Fini und Ford haben Sie auch das Team erwähnt, wie wichtig es ist, die Leute mitzunehmen. Wie schaffen Sie es, die Leute in einer starken Ablauf- und Aufbauorganisation aufzunehmen? Also zum einen versuchen wir, sehr viel zu kommunizieren und wir versuchen nicht nur Zielzustände zu kommunizieren, sondern wir werden auch oder wollen auch gerne Zwischenergebnisse produzieren. So haben wir beispielsweise einen Showroom eingebaut, bei uns auch die Interdirektion, und ermöglichen so den Mitarbeitenden tatsächlich in den Raum reinzugehen und anfassbar zu sehen, was wir da eigentlich machen, wie sich das anfühlt, wie das ausschaut. Und das Gleiche machen wir auf mobil. Wir besuchen damit mit einem Wagen entsprechend alle Standorte in Deutschland, an denen wir aktiv sind, um einfach den Mitarbeitern ein besseres Gefühl dafür zu geben, was wir da aktuell tun. Dann bauen Sie natürlich auch so ein bisschen die Ängste ab, wenn die sich das anfassen können. So ein bisschen wie so ein Kino-Trailer zum Anfassen. MSG, was verbinden Sie mit denen? Sind wir heute zu Gast. Und was macht ihr auch so besonders? Ja, also mit MSG verbinde ich schon lange, lange Partnerschaft. Schon in unterschiedlichen Unternehmen, mit denen ich war, haben wir immer mit der MSG sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und ich persönlich bin natürlich heute viel, viel näher in der Diskussion und in den Abstimmungen drin und kann sagen, mit der MSG haben wir einen Partner auf Augenhöhe, der sehr fair und auch langfristig mit uns agiert und von dem wir uns sehr sicher sind, dass wir einen richtigen Partner an der Seite haben. Musik